Und noch ein Krokodil. E94-192 gehört zum Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Sie ist eine der Nachbaumaschinen. Anfang 1956 beim BW Heidelberg in Dienst gestellt. Seit dem Jahr 2000 ist die 192 wieder betriebsfähig. Ein Güterzug von Murnau nach Garmisch-Partenkirchen steht auf dem Plan. Die alte E-Lok ist mit ihrer EDV-Nummer 194 192-1 beschriftet. So war sie 20 Jahre lang bei der DB im Einsatz. Ende Mai 1988 wurde diese E94 beim BW Nürnberg II ausgemustert. Vor imposanter Kulisse rollt der Güterzug Richtung Garmisch. E94 sind in Oberbayern keineswegs fremd, gehörten doch die Gleise zwischen München und Garmisch lange zu den Stammstrecken. Außer vor Güterzügen ist die Nördlinger Maschine auch oft vor Sonderzügen oder bei Ausstellungen zu sehen. Hier führt sie einen langen Lokzug nach Göppingen an. In jedem geht es um Rundchen, die die Anzeigen des Gremes, die sich in der Philippe der Winde durchfubschraubt hat. Anzeigen der Gremes, die sich in der Philippe der Wilde der BW Heidelberg. In der Philippe der BW Heidelberg ist die Eregesse mit Beläufe. In der Philippe der Gremes ist die E Nasten, die sich in der Firm seriously veröffentlicht. Untertitelung des ZDF, 2020